Eine Notlücke. Und auf einmal hat sie eine große Familie und einen aus netten Schwager. Ich habe dich noch in mir gehört und irgendwas gemeint. Du bist so fest. Sein Verboten. Wirkung. Du schläfst. Morgen um 20.15 Uhr bei Kabel 1. Du hast dein mein neues Leben. Alles klar, ich kann es auch hier. Hey. Jetzt mach ich. Ich muss meine Kinder abholen. Ich muss sie durch verschwenden. Jetzt mach doch mal was. Was meinst du, was ich tun soll? Diese Maschine ist doch gar nicht.